Leute, alles fresh für euch. Schaut mal, was hier abgeht. Alles schneit's richtig. Habe ich gedacht, das kommt heuer gar nicht mehr. Aber, ja gut. Ich weiß nicht, ob der Klimawandel zurückgegangen ist. Scheinbar nicht. Aber das ist eher hergekommen. Der starke Schneefall, als ich gedacht habe. Habe gedacht, heuer kommt gar nichts. Aber gut. Man wird immer wieder überrascht. Aber der Klimawandel muss echt zurückgehen. Ich weiß nicht, wie viel Grad die gesagt haben, wie viel man dann ist. Glaube ich auf 2 Grad. 1,8 Grad. Ist zwar nicht viel. Aber, ja. Für die Welt schon, natürlich. Ich weiß noch nicht, wieso das zu viel für die Welt ist, aber für eine Einzelperson nicht zu viel. Aber gut. Ich weiß nicht, wie das gerechnet wird. Das würde mich ja gerne mal interessieren. Was 1, obwohl 2 Grad auf die komplette Welt aufgeteilt, hochgerechnet, ist eigentlich wenig. Aber natürlich, glaube ich, wegen der Ozonschicht verstärkt das mal wieder auch alles. und deswegen ist es wahrscheinlich dann so schlimm dann auch für die Umwelt, für die Welt, für die Erde, für die Erwärmung und so. Aber, ja. Ich hoffe, euch geht es gut und wir hören uns dann spätestens im Neujahr. Hatte einen schönen Tag noch. Hab euch lieb.